Hey ihr Lieben, gerade habe ich damit begonnen, meinen Kanal barriereärme zu gestalten, so dass Menschen, die gehörlos sind oder kein Deutsch sprechen, trotzdem von den Inhalten profitieren können. Ich habe also gerade damit begonnen, deutsche Untertitel einzufügen und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis jedes Video eins hat und ich hoffe, dass ich dann einfach bei den neuen auch Untertitel zeitnah erstellen kann. Das sollte irgendwie funktionieren, dauert aber einfach eine Weile. An dieser Stelle brauche ich euren Support, denn allein schaffe ich das so nicht. Ich habe den Kanal jetzt so eingestellt, dass ihr Community-Beiträge einreichen könnt, das heißt deutsche Untertitel oder auch Übersetzungen in sehr viele unterschiedliche Sprachen. Und ich finde das einfach sehr, sehr wichtig, damit die Inhalte einfach für mehr Menschen zugänglich sind und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mich damit unterstützen könntest. Hast du Lust, mir dabei zu helfen? Übersetzungen sind aktuell in, ich glaube, 188 Sprachen möglich. Das heißt, wenn du irgendwas anderes sprichst als Deutsch, dann hilf mir bitte, diese Videos zu übersetzen. Du kannst natürlich selbst entscheiden, ob du in den Credits, das heißt in der Infobox, dann mit deinem Namen auftauchen möchtest oder lieber anonym bleiben möchtest. Übersetzungen sind gerade möglich in, ich glaube, 188 Sprachen, übrigens auch in Klingonisch. Wie fantastisch ist das denn? Bikischli-Bi. Ich bin keine fröhliche Frau. Wenn du das gerne machen möchtest und nicht weißt wie, dann verlinke ich dir eine Anleitung dafür in die Infobox. Wenn der wie gerade nichts für dich ist, dann gibt es eigentlich zwei große Möglichkeiten, wie du diesen Kanal unterstützen kannst. Zum einen kannst du natürlich Videos, die dir gefallen, mit Menschen, die du magst teilen, wenn die Videos dir irgendwie Kraft gegeben haben oder dich zum Nachdenken gebracht haben, dich inspiriert haben. Und dann leite sie doch einfach weiter an Menschen, die dir lieb sind oder von denen du glaubst, dass sie von den Videos in irgendeiner Form profitieren könnten. Das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe und du hilfst mir und dem Kanal und den Inhalten wahnsinnig, wenn du das machen kannst. Wenn du magst und das musst du natürlich nicht tun, kannst du mich auch finanziell unterstützen. Das geht los ab einem US-Dollar, also etwas unter einem Euro und kann jederzeit wieder aufgekündigt werden, wie es eben gerade für dich passt. Und das geht am einfachsten über meinen Patreon-Account, den ich dir einfach mal in der Infobox hier verlinke. Und dann kannst du dir den in Ruhe anschauen und gucken, ob dir irgendwas davon gefällt und was du als Gegenleistung für deinen Support dort bekommen kannst. Und ich freue mich einfach, wenn das Leute in Anspruch nehmen wollen. Auf meiner Agenda stehen gerade super viele spannende Videos und ich freue mich liebisch darauf, dieses Projekt mit euch einfach fortzuführen. Und ich hätte Lust, im nächsten Jahr nochmal ein bisschen, ja, mehr mit verschiedenen Formaten zu spielen. Ich hätte zum Beispiel auch Lust, mehr mit anderen YouTuberInnen zu machen, die zu ähnlichen Themengebieten arbeiten. Also wenn euch da irgendwer einfällt im deutschsprachigen Raum, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und vielleicht ergibt sich ja dann was. Ich glaube, das war es von mir heute in diesem Jahr und wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich hoffe, das war es von mir heute in diesem Jahr und wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich hoffe, das war es von mir.